moin leute geno games am start heute mit einem neuen video auf meinem kanal und willkommen zu einem neuen projekt und zwar micro survival wir haben das zwar schon im fordner gemacht aber das ging halt nicht und mit dabei ist wie gesagt manny servus und ihr kennt die regeln es ist genau wie bei fordner zur weise bloß dass wir halt ja und dass wir keine städte haben und das land ich meine das mache ich meine begrüßung okay ja um er auch freundlich gegen den starten herzlich kommt weiter von minecraft diesmal mein kopf zu beiden ja wir haben das gleiche schon im fordner gemacht aber das ging nicht wegen technischen fehler und deswegen machen wir es jetzt in minecraft und ja als erstes würde ich sagen heute kommen ja okay leute ein ganz kurzer cut bis gleich so leute da bin ich wieder ja leute und ja ich habe sagen wir schauen du mal noch zu tun mal nach schafften ich habe heute mit der ja und das uns gefunden nein bis jetzt noch nicht okay ich bin gerade auf einem Baum dann sieht man Zeit besser was kann man sonst beide in der Pick-Eben der Ding er ist das deutsch bezeichnet der Holzachs und dann und dann wenn was alles gemacht haben was wir uns zu sagen haben dann trennen wir uns ja okay ich bin einfach nur los ich will den Ding machen aber vergessen die Sticks zu machen ein nicht erneut doch mein Ernstiger Herbo ich finde nix ja ich suche nur nach Schafen hier in deinem Ding achst ab du dann was holz ab ich nehme die Setzlinge mit ja hast du das aufgrund ne also habe ich sie aufgrund hier ich komme mal mit dir mit was ist das oder da ist eine Kiste das war das wollte ich haben das Buch ja dann nimm du das halt quest book quest book zusammen mit 64 Volt baue ein Haus ich mache eine Iron Pig X durch eine Leiter ne ja ich errichte einen Garten tötet also erst mal auf jeden Fall die Kiste mitnehmen die nächste seite vor allem nicht spieler hast du eigentlich auch die quest das ich habe alles glaube ich was du hast also ne bei mir steht nichts von suche ein begleiter egal ich mach es trotzdem ok ok dann würde ich sagen trennen sich unsere Wege also dann wir können uns ja mal treffen wir können uns ja mal treffen ja ja Leute wenn du endlich die Stunde ich jetzt und wenn du was zu sagen hast dann musst du mich schreiben ok ok dann auch WhatsApp ja ok also ja auch schon schützt also 4 4 4 4 Leute so ok also dann so 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 ich mach erst mal die gleich die erste quest nämlich ähm nämlich sammle 64 holz das mache ich natürlich sofort ok ok ach ja Leute und ähm ich wollte euch noch schnell sagen dass ich und Manny unsere Folgen immer gleichzeitig machen weil dann habt ihr immer zweimal mehr Action und und so ok ähm ja wir spielen leider nicht auf PC sonst hätten wir uns über den Chat schreiben können aber jetzt muss ich halt Manny über WhatsApp schreiben wenn ich was sagen will so ich brauche nur noch ähm 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 Leute wenn ich meinen Begleiter suche dann ähm dann werde ich erstmal dann werde ich erstmal dann muss ich erstmal knochen fahren weil mein Begleiter soll ein Hund werden was Manny für einen Begleiter nimmt weiß ich nicht was Manny für einen Begleiter nimmt weiß ich nicht oh nice ein Stick und ja Leute denkt sagt einfach nicht dass ich ähm ich und Manny die Ideen von also nicht von Erizu von Chaosflow44 Toops Easy Cheesy und so ähm geklaut hab ähm ich ich und Manny finden einfach diese Projekt Minecraft Apollo so cool deswegen wollten wir einfach so ein ähm ne Art ähm ähm Game machen was was die haben also Easy Cheesy und so so ich brauche nur noch 10 Holz ok Leute ok Leute ja Leute und in diesem Projekt gibt es keine Mods also und ja da ok 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 das gute an die Stecken sind die gehen nicht kaputt ok 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 so so leute und die erste Quest ist erledigt und jetzt mach ich mir erst mal Chino wenn man eine Quest fertig hat muss man auf der freien Seite ein großes A machen weil man kann nicht mag machen zu ein großes was auch wenn man eine Quest fertig gemacht hat auf der dritten Seite also tschüss okay Leute ihr habt das gehört das wollte ich nicht aber Leute mein Gott macht mich schon wieder fertig ich bin seitdem zu füllen so und zack so passt Leute und jetzt ähm Leute suche ich mir erst mal eine Stelle wo ich mein Haus errichten kann natürlich gibt es auch unter Wasser Zombies und ich weiß gar nicht wo ich mein Haus errichten werde so so ja ja so 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 ich gehe erst mal hier auf meinen Berg und suche Schafe okay hier kann ich dann erstmal mein Haus errichten boom 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 Leute vier vier Stacks Holz und mach ich jetzt noch schnell so 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 lasse ich dann erst mal mein Haus jetzt suche ich Schafe jetzt suche ich Schafe okay nice nice so 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 oh oh creeper oh 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 das ging noch mal gut okay Leute ich würde sagen ich baue hier erstmal eine zweite Wand so so Leute ich würde sagen ich mache erstmal ein Schwert damit kann ich mich dann wenigstens erstmal schützen okay So Leute, ich schreib kurz Many. So Leute, Many habe ich geschrieben und ja, dann mache ich erst mal Sticks. So Leute, es ist wieder Tag und ich mache gerade, ich habe Hunger. So Leute, es regnet. So Leute, ich muss erst mal ein Schaf finden. Okay, ein Angriff von hinten. Oh Leute, ich hasse Regen. Oh oh, Lama. Cool, da ist ein Lama. Komm, Herr Zombie. Ich habe ein Fleisch will ich nicht essen, deswegen. Leute, das Blöde ist halt, ich muss ein Bett errichten, damit ich ein, damit ich mir, damit ein Spawnpunkt habe. Okay Leute, bei mir wurde geklingelt, aber ich mache jetzt nicht auf. Aua. 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 Ey komm, ich brauche nur ein Schaf. Ich habe mich nicht essen, aber ich habe meinen König für den Schaf. Das war's. Ach Leute, ich merke gerade, ich habe eine Karte, womit ich einen Manny vielleicht finden könnte. So, schauen wir mal, wer Manny ist und ich meine Seeds wieder haben kann. Okay. Ah, okay. Jetzt muss ich kurz mein Haus wiederfinden. Okay. 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 So, da ist mein Haus. Jetzt muss ich mal dieses doofe Holz, was ich verbaut habe, abbauen. Aber Leute, beim Questbook ist es so, beim Erbauer ein Haus, da muss ich erst ein Haus bauen. Wenn ich, also das Haus zählt erst, wenn ich fertig bin mit dem Haus, wenn ich es fertig gebaut habe. Okay. Das gibt's doch nicht, wo sind Schafe? Oh. 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 So Leute, da mach ich mir schnell in die Kiste. Uhhh, Leute, ähm... Und hört es mal wieder auf zu regnen. Oh Leute, die nerven, dass die ganze Zeit klingeln. Okay, Leute, ganz kurzer Cut. So, Leute, da bin ich wieder. Und so. Hey, da ist ja noch ein Schaf. Tut mir leid, Schaf. So, Leute, und jetzt kann ich mir ein Bett machen. So, ähm, Holz noch. So. So. So, Leute, da muss ich halt jetzt im Regen schlafen. Leute, es hat, oh, endlich hat es aufgehört zu regnen. Boah, Leute, es regt mich so auf, dass ich nicht fliegen kann. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, Leute. Gut. Ich frage mich, was Managerial macht. Oh, Manny ist hart auf dem Boden aufgeschlagen. Oh, Manny ist hart auf dem Boden aufgeschlagen. So Leute, und jetzt gehe ich erstmal ein bisschen Kohle hacken. Oh, Manny ist hart auf dem Boden aufgeschlagen. 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 Oh, Manny ist hart auf dem Boden aufgeschlagen.